Und jetzt, Rätsel, wo bin ich? Haha, genau, Madrid. La Sacralia Familia, da guck ich. Das ist eine, eine, die. Da. Das. Das. Dann Ding und da. Wir waren jetzt, und der, der, äh, der Gandhi, was die, ne? Der ist von einer Straßenbahn überfahren worden, ne? Und die hat er nicht mehr gekannt. Da hat man eben so lachen müssen. Der Jürgen, der ist zweistufig, die Treppe. Das war eine riesen, äh, äh, Gaudi, ne? Haha, da.